Hallo, willkommen zurück hier bei, ähm, bei mir Reuss halt eben. Ich, ähm, frage mich jedes Mal, ob ich irgendwas anderes zur Begrüßung sagen kann, aber nein, tut mir leid, ich weiß leider nur sowas. Ähm, du kannst gerne noch ein bisschen weiterspielen, oder, ähm, jagen kannst du hier. Wir können eigentlich mal einen Spaziergang machen, oder? Einen kleinen zumindest. Komm, wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Ähm, irgendwas richtig nahegelegenes. Ähm, der Park und Splashpad. Ich möchte jetzt irgendwo einfach nur mal kurz ein bisschen spazieren gehen. Ähm, haben wir den? Ja, dann nehmen wir den. Einfach das, was hier hinterm Haus ist quasi. Bevor wir gar nichts haben, weil er ist ja auch ziemlich müde, unser, äh, unser guter Toffee. Ähm, Flame, ja, du kannst ein bisschen rumgaloppieren. Ähm, und ich habe nämlich bemerkt, dass die Party hier gar nicht mehr stattfindet, wo wir eigentlich jetzt hingehen wollten. Deswegen, ähm, auch mit Leon sehen wir hier einfach nur eine normale Haushalt. Da brauchen wir ja nicht hingehen, wenn da sowieso nichts ist. Wir könnten aber mal gucken, ob vielleicht wieder ein Turnier ist. Was ist hier? Intensivsprung-Training. Da könnten wir natürlich auch hingehen. Beziehungsweise, ähm, das ist 17 Uhr. Ja, komm, dann gehen wir doch mal, gehen wir doch mal hier hin. Und vielleicht können wir hier das, da sogar dran teilnehmen. Mal schauen, was die genau denn hier verlangen. Ähm, du bist noch am Gärtnern. Ihr macht euren Kram. Ja, gehen wir mal zur Amelie. Die sind ja hier immer noch auf dem Sommerfest. Und, ähm, hat mir hier nicht eine kleine gesehen. Hier, genau. Die gute Mira. Die können wir ja gerne mal begrüßen und mit ihr uns hier ein bisschen beschäftigen. Vielleicht auf dem Spielplatz spielen oder so. Und Nathan Boyle ist hier tatsächlich, ähm, am Vorführen. Da können wir uns tatsächlich auch gleich mal die Show ansehen. Warum nicht? Die beiden sind da hinten erstmal noch ein bisschen am Tanzen. Sehr schön. Und wenn hier tatsächlich sogar jemand, äh, auftritt, ist das gar niemand so schlecht. Obwohl er jetzt scheinbar nicht so unbedingt der Talentierteste zu sein scheint. Nee, das freut die Leute auch tatsächlich alle nicht so. So, und ihr beiden könnt ein bisschen miteinander quatschen. Und euch ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen tratschen. Ähm, können ein bisschen über Recycling reden. Und über die Natur. Und, ähm, ja. Ja, klar. Wir können gerne mal drei Sprünge absolvieren. Ist ja noch genug Zeit bis 17 Uhr. Dann können wir das ja hier ganz locker machen. Und können hier auf jeden Fall den Springparcours absolvieren. Das sollte ja eigentlich reichen für die drei Sprünge. Und dann können wir tatsächlich im Anschluss sogar da hingehen. So, die Kleine ist fertig. Ich würde da bei deiner Stelle sogar noch mal was essen, bevor wir hier weitermachen. Dann essen wir noch ein bisschen Himbeerkuchen. Ähm. Oder beschäftigen wir uns... Ich weiß halt gar nicht, mit wem wir jetzt da hingehen können. Wir können auch einfach sie dann... Ja, wir können einfach eigentlich auch in den Laden gehen gleich. Dann kannst du vielleicht noch mal auf Toilette gehen und duschen. Dann gehen wir vielleicht tatsächlich in den Laden hier rüber. Und werden hier ein paar Dinge erledigen. Haben wir da noch? Ah, so viele Teile haben wir gar nicht. Da müssten wir echt mal ein bisschen mehr sammeln. Ja, komm. Gehen wir erstmal lieber was sammeln. Wenn schon, oder? Oder wir gehen ins Wasser und können da ein bisschen schwimmen. Das können wir eigentlich auch machen. Kleinen Ausflug an den Strand machen. Ha, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mh. Wir haben eigentlich nur diesen einen wirklichen Strand. Alles andere sind eher einfach nur so leere Grundstücke. Aber ich meine, könnten wir auch machen. Könnten auch so einfach hierher gehen. Können das einfach mal mitnehmen. Äh, ja. Warum nicht? Besser als nichts können wir ein bisschen im Wasser planschen dann. Könnte ich dann gerne auch mitnehmen. Kitzeln. In die Luft werfen. Und dann eben so hier rüber gehen. Wie gesagt, ist doch mal eine Idee besser als immer dasselbe zu machen. Ja, es ist Sophia aber eigentlich beschäftigt, Leon. Dann musst du eigentlich dann auch ein paar andere Sachen machen. Dann gucken wir mal. Oh, sie sind Freunde fürs Leben geworden. Hä? Und mit Sophia auch. Ah ja, und Julian ist jetzt auch irgendwie... Hä? Nee, warte mal. Hä? Hä? Warum ist der... Warum ist der... Äh... Klassenbester oder sowas geworden? Bester Student. Hä? Ich habe... Ich dachte... Erst fand ich das voll okay. Aber dann... Dann dachte ich mir gerade so... Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Immerhin ist heute gar nicht Schule. Ähm... Ja. Schöner kleiner Back mal wieder. Ja, dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen auf dem Sommerfest noch was machen. Ich weiß nicht. Wir haben hier zwar... Diese beiden Jungs sind glaube ich auch Teenager. Ähm... Den könnten wir uns auch noch ein bisschen anfreunden, wenn wir wollen. Oder wir machen halt dann auch gleich einfach mal die Hausaufgaben. Oh, der ist auch schon fertig. Okay, warum nicht? Oh, wir haben eine tolle Show gesehen. Sehr schön. Dann kannst du hier auch direkt mal auf Toilette gehen. Ihr beiden freundet euch an. Die Veranstaltung war äußerst erfolgreich. Dass die produktive Du-kanz-das-Atmosphäre und all die Beispiele exzellenter Reitkunst haben dafür gesorgt, dass das Pferd von Sophia eine ganze Menge gelernt hat. Cool. Dann können wir vielleicht... Im Anschluss... Irgendwider hier spielen... Oh, die machen hier sogar schon eine Wasserbomben-Schlacht. Ähm... Aber ich würde gerne hier eine veranstalten. Mit... Äh, machen wir nachher dann. Wenn sie hier mit fertig ist. Ähm... So, vielleicht sind hier sogar ein, zwei Leute. Ja, tatsächlich ist jemand. Chesity de Leon. Können wir sie ja gerne mal kennenlernen. Du kannst ja gerne hier... Oh, kannst du hier drin was machen? Nina. Ähm... Du kannst hier gerne irgendwie... Ähm... Ah, ein Loch graben kann er nur außerhalb. Hä? Warum kannst du das hier überall nicht? Hier kann er das. Okay. Dann grab da mal ein Loch. Einfach, weil du es kannst. Und dann kannst du auch gerne wieder nach Hause gehen und da... ein bisschen... Ach nein, warte mal. Hä? Ich dachte gerade, wir haben eine Katze. Nein, wir haben doch einen Hund. Wir können uns doch mit Trine anfreunden. Klar, warum nicht? Und hier kleine Trine. Warte mal. Toffi ist ein Männchen. Trine klingt ja ein bisschen weiblich. Vielleicht können die sich ein bisschen anfreunden. So, dann lernen wir auf jeden Fall Chesity ein bisschen kennen. Was? Was war da? Beruhigen. Oh, beruhigen wir sie mal. Sie ist ja scheinbar gerade nicht so gut. Oh, die beiden Hundis lernen sich kennen. Ach, wie schön. Ja, das Sinnfest ist vorbei. Ja, dann würde ich mal sagen, lernt euch doch mal kennen, ihr beiden. Ihr könnt ein bisschen rumblödeln. Warum haut sie jetzt ab? Ach, ist sie auf Toilette gegangen? Ja. Okay, dann warten wir mal kurz. Ja, das ist doch cool, wenn sich Hunde auch ein bisschen kennenlernen. So. Genau, du bist hier mit ihr auch fertig. Mit Uwe haben wir uns angefreundet, oder? Ja. Dann könnten wir jetzt irgendwie... Die haben immer so bescheuerte Outfits an, die Random Sims. Aber wir können uns ja mal mit Bo ein bisschen anfreunden. Genau, ihr seid dann auf dem Weg dahin. Du wirst noch am Duschen. Du wirst auch am Duschen. Was hast du eigentlich noch im Inventar? Was hast du aufgebraucht? Hast du Honig aufgebraucht? Oder womit hast du jetzt gedüngt? Hat er da jetzt Honig rangekippt? Naja. Warum nicht? Dann... Jetzt auf jeden Fall noch Möglichkeiten für Spaß. Willst du einfach auch mit an den Strand gehen? Ja, komm. Einfach auch mit an den Strand. Wir können uns theoretisch dieses Grundstück hier einfach auch noch kaufen und da einen schönen Strand dran bauen. Das wäre doch cool. Oder vielleicht sogar einen Hafen. Denn ich habe nämlich sogar noch eine kleine Idee. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir haben ja einiges an Geld. Auch wenn wir hier nicht mehr so lange wohnen werden. Oder wir kaufen direkt einen Hafen. Das würde natürlich auch gehen. Aber der hier ist halt direkt in unserer Nähe. Wisst ihr, dass wir gleich hier so voll viel Gebiet haben? Das könnten wir theoretisch kaufen und da einen Strand drauf bauen. Das wäre vielleicht ganz cool. Achso, du sollst jetzt gar nicht mehr weiter trainieren. Bist eigentlich schon längst fertig. Wir können dann gerne hier vorne hintraben. Weil wir uns dann auf das Turnier vorbereiten wollen. Auf das nächste, an dem wir teilnehmen können. Dann lernen wir doch mal Bo King kennen. Diese Outfits halt immer, ne? Aber schon okay. Dann lernen wir doch den mal kennen. Prahlen wir mal mit unserem Sieg beim Hotdog-Wettessen. Von der letzten Folge. Bei meiner Karriere. Das können wir noch so von Hunden schwärmen. Ich mache hier immer auf Pause. Einfach weil das so lange dauert, immer die Sachen aufzugeben. Und über die Natur reden. So, und dann können wir nämlich hier drüben noch eine Wasserballschlacht machen. Ne, hier drüben ist das. Wasserballschlacht mit... Hä? Können wir das gar nicht mit den Mädchen machen? Ach, sie steht außerhalb des Grundstücks, oder? Spielen wir mal ein bisschen Fang mit ihr. Bisschen anfreunden ist ja auf jeden Fall ganz schön. Ne, du sollst ihm eigentlich kein Leckerchen geben. Sollst du dich nicht mit der Frau anfreunden? Ist die immer noch... Oh, die ist immer noch da drin. Chessity! Hey! Hey, ich würde gern nicht im Kloraum mit dir quatschen. Ja, cool, wenn wir uns mal mit dem Hundi anfreunden könnten. Aber wer weiß, wo die tatsächlich wohnt. Trine Mehl. Mehl. Die Mehls. Keine Ahnung, wo die wohnen. Hm. Warum kommt... Warum kommt diese Frau nicht aus dem Klohäuschen raus? Ich wollte doch nur... Vielleicht fühlt sie sich ein bisschen bedrängt. Ne, doch, jetzt kommt sie raus. Nein, warte. Ich wollte auch noch mit dir reden. Kennenlernen! 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 Beruhigen! Ich ist sie halt einfach nur ein bisschen angespannt. Das kann natürlich durchaus sein. Aber wir versuchen sie trotzdem mal zu interviewen. Victor Nelson ist hier. Die Hundis spielen miteinander. Ich wüsste gern mal, wo Trine Mehl wohnt. Das wäre ganz cool zu wissen. Aber wir müssen dann im Anschluss auf jeden Fall hier wieder zurück nach Hause gehen. Weil es unserem kleinen Toffee doch nicht mehr so gut geht. Und dann müssen wir hier dann auch ein bisschen schlafen. So schade das auch ist, wo wir gerade einen kleinen neuen Hund kennengelernt haben oder gefunden haben. Und ich werde mal eben kurz eine kleine Sache machen für die kleine Luena hier. So, ich habe ihr jetzt einfach nur ein kleines Badeoutfit gegeben, in das wir sie gleich wechseln werden. Einfach bei der Alltagskleidung. Weil das eh nicht so relevant ist. Und dann können wir hier ein bisschen im Sand spielen. Nee, eigentlich möchte ich hier ein bisschen im Ozean spielen mit Jamie. Und die beiden können dann auch noch zusammen im Ozean spielen. Das kriegen wir schon irgendwo hin, hier zusammen im Ozean zu spielen. Ja, gerade können sie nämlich nicht. Aber das kriegen wir schon noch hin. Das ist ein bisschen nervig, dass das nicht immer geht. Können wir da? Ach Gott. Wie werden wir das schon noch hinkriegen? Vielleicht hier drüben. Okay. Wir müssen einfach mal oft genug suchen und dann finden wir schon irgendwann einen Ort, wo wir das können. Ja. Ich hatte das jetzt echt vor Spiel. Kannst du mich das jetzt einfach mal machen lassen? Warte mal. Was ist das hier? Das ist doch ein Grundstück. Wir gehen hier einfach mal kurz drauf. Enabled to. Ich will es mir ja eh wahrscheinlich kaufen. Dann werden wir das hier mal alles flacher machen. Das ist ja sowieso im Wasser. Drin. Quasi. Und dann... Dann werden wir das hier einfach ein bisschen glätten. Dass das flacher ist, oder? Das ist ja... Das ist ja der Sinn des Ganzen. Das soll ja hier ein bisschen flacher sein. Machen wir das hier ein bisschen höher. Und dann können wir das hier alles ein bisschen flacher machen. Und dann sollte das ja eigentlich funktionieren, oder nicht? Das sagt mir das Spiel zumindest, dass es so funktionieren sollte. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass das hier was bringt, wenn ich das ganz vorsichtig absenke. Also, dass es dann nicht mehr so sehr rumzieht. Wer weiß. Also, ich glaube, viel flacher können wir das hier auch nicht machen. Wir können ein bisschen... Wir können das hier vielleicht noch ein bisschen höher machen. Vielleicht ist einfach der Boden zu steil abgehend. So, dann hier einmal ein bisschen durchglittern. Mal sehen, wie das hier am Glitschen ist, weil das so flach unterm Wasser ist. Also, ich glaube, flacher können wir die Küste jetzt nicht mehr machen spielen. Viel... Viel mehr ist da dann jetzt auch nicht mehr drin. Muss man sagen. So, mal gucken, ob das Spiel das hier jetzt akzeptiert. Ansonsten können wir den Schwimmtag wieder vergessen. Probieren wir nochmal. Funktioniert es tatsächlich? Wow, es funktioniert! Cool. Dann probieren wir mal, ob wir auch mitspielen können mit Jamie. Dass wir hier quasi ein bisschen zu viert spielen können. Das sieht tatsächlich so aus, als könnten die hier im Wasser spielen. Yay, das hat doch was gebracht. Ja, dann könnten wir nämlich tatsächlich unseren eigenen kleinen Strand hier hinbauen. So ein paar Palmen, was weiß ich. Hier stehen ja auch schon welche. Ein paar Sachen zum Liegen und sowas. Dann können wir vielleicht auch eine Strandparty veranstalten und einen kleinen Steg. Und dann könnten wir hier vielleicht... Ja, ich verrate euch mal. Dann könnten wir hier vielleicht sogar mal ein Hausboot holen. Und uns hier irgendein schönes Wochenende im Hausboot machen. Ich überlege auch noch, ob ich dann ein extra Hausboot bauen soll. Nee, du sollst nicht den Tomaten... Ach Gott, warum seid ihr denn noch da? Ihr sollt da drüben hingehen. Ihr sollt an der Reitsplan... An der Rettveranstaltung fest teilnehmen. Was möchtest du? Ein Querfeld einrennen für Fortgeschrittene. Dann machen wir das auch mal. Und gucken mal, ob wir das gewinnen können. Die beiden, oder? Würde ich auf jeden Fall mal gern probieren. So, die beiden sind am Interviewen. Hoffentlich. Ja, ich denke mal... Ja, ja, genau. Susanna Tulip. Mit deinem Möchtegern... Äh... Mit deinem Möchtegern-Party. Die dann eh nicht stattfand. So, wir werden noch ein bisschen weiterquatschen mit Bo. Soweit wir das können. Was auch immer wir hier noch quatschen können. Ein bisschen plaudern vielleicht. Liebliges Video zeigen. Können wir hier auch noch ein bisschen tanzen? Nee, können wir hier leider nicht. Ähm... Hier steht einfach immer ein Whirlpool mitten auf dem Platz. Naja, warum nicht? So, können wir jetzt eine Wasserbeischlacht machen? Zusammen vielleicht? Mit Tasche? Ja, aber nicht mit der anderen. Schade. Wir gehen mal einfach so. Eigentlich müsste hier ja genug Platz sein. Und BÄM! Schon ein bisschen fies. Oh, das... Oh, okay. Sie pinkelt sich ein. Na gut, dann, ähm... War's das auch für uns heute? Die Hausaufgaben haben wir schon so halb fertig. Machen wir sie doch einfach mal komplett fertig. Mit Mira. Können wir ja mal probieren, ob die sich hier zusammen irgendwo hinsetzen. Und ein bisschen zusammen das machen. So, schön sichtigen Rennen. Da gehen wir wie immer auf Risiko. Und dann gucken wir hier mal bei den Vieren, ob die hier schön am Spielen, am Strand sind. Und das Bild kennen wir ja. Was für eine Folge war das? Folge 300 oder sowas? Wo wir ja auch schon mit Amelie am Spielen waren oder so. Äh, ist... Hier finde ich immer eine süße Sache. Wie sie hier so ein bisschen das Wasser näher bringt. Und die beiden hier auch lustig am Spielen sind. Ich finde das knuffelig. Ich finde das echt süß. Huch. Wollte ich gar nicht, aber okay. Da habe ich jetzt doch ein Bild gemacht. Hä? Sonst hätten sie hier irgendwo Flutlichter angemacht. Oder ist das der Mond? Ist der Mond jetzt angeknipst worden? Nee, aber da würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr das cool fändet, wenn wir uns hier den Strand holen würden. Und wenn, dann möchte ich hier natürlich auch ein bisschen was drauf bauen. Soll ich das dann in normaler Zeit machen? Oder soll ich das dann in einer kleinen, schnelleren Variante so als Zwischenfolge einbauen? Beziehungsweise als Teil einer Folge. Ich weiß natürlich nicht, wie lange ich dafür brauchen würde. In der, also in der normal schnellen Variante würde ich dafür bestimmt eine Folge brauchen. Ich würde es aber halt dann auch maximal eine Folge lang machen. Also ich würde dann halt einfach eine Folge für den Strandbau opfern, quasi. Ob ich das so machen soll oder ob ich es dann einfach schneller machen soll, weil ihr das nicht unbedingt in schneller Variante sehen wollt. Das könnt ihr dann gern entscheiden. Können wir irgendwas spielen? Wir können die Wasserbombenschlacht mitmachen, einfach gleich. Achso, nee, haben sie ja jetzt gar nicht gemacht. Sie sind ja jetzt am Hausaufgaben machen. Okay, dann ist ja alles okay. Aber wir können hier die Wasserbombenschlacht zusammen machen. Mit Bo. Mit Caleb meinetwegen. Nee, nicht mit Caleb, mit Jacob. Genau. Und mit Owe. Da haben wir, glaube ich, die vier Teenies drin, die wir kennen. Ja, und wie gesagt, wenn wir dann den Strand haben, möchte ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir da auch ein Hausboot haben können. Und dann ist halt die Frage, ob wir das Hausboot nehmen, was ich mal im Livestream gebaut habe, letztes Jahr quasi, im Dezember. Wo es ja auch letztens ein Hausbau-Video zu gab. Ob ich das halt nehmen soll. Wir können auf jeden Fall über sie schon eine Story schreiben. Ob ich das als Hausboot nehmen soll für die, würde ja auf jeden Fall passen. Ich würde dann halt mit Leon, mit Sophia, mit Julian und mit Amelie mal irgendwie ein Wochenende auf dem Hausboot verbringen. Das wäre auf jeden Fall von der Größe her möglich. Oder ob ihr halt nochmal ein extra Hausboot sehen wollt. Einfach weil ich es kann oder so. Ob ihr da halt nochmal wollt, dass wir für die Familie nochmal ein extra Hausboot machen. Das wäre dann halt deutlich simpler. Und wir hätten wirklich nur so für ein Wochenende gedacht. Mit deutlich weniger Zeugs. Also wirklich nur aufs Wichtigste bedacht und sowas. Oh, hier ist sogar eine Katze. Die kleine Yenga. Ja, und Victor ist im Sand spielen. Okay. Ja, das wäre halt ganz cool, wenn ihr mir da irgendwie so sagen könntet, was ihr cool fändet. So von der Richtung her. Gehen wir hier mal wieder hin. Die beiden haben sich auch angefreundet. Ziehen die Kleine mal wieder um. Ziehen uns selbst. Na komm, wir gehen dann nämlich erstmal hier zum Laden. Du kannst nämlich auch dann zum Laden gehen. Und du? Naja, du eigentlich auch. Du könntest ja eigentlich auch Sachen anpflanzen und so. Das wäre eigentlich tatsächlich meine Idee. Oder wir gehen halt tanzen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal tanzen. Zum Maccalf's Tavern. Und dann können wir nämlich demnächst auch mit in den Laden gehen und da ein bisschen was anpflanzen. Oh, wir sind schon Platz 2. Sehr, sehr cool. Ja, also das sind so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall hier noch machen möchte, solange wir hier in der Stadt sind. Dass wir hier mal ein Hausboot bauen, nutzen und damit fahren. Also wäre ganz cool, wenn ihr mir sagen könntet, ob ihr das halt in der Folge so in normaler Zeit sehen wollt. Wenn ich ein extra Hausboot bauen soll, würde ich das vielleicht sogar beides gleichzeitig oder beides in einer Folge machen. Oder ja, allgemein, wenn ihr wollt, dass ich ein extra Hausboot baue. Ich glaube, ich baue einfach ein extra Hausboot. Ja, weil ich mir wird halt doch ein deutlich, also mit deutlich weniger Sachen, mit deutlich weniger Haus so an sich einfach das machen wollen. Sondern eher so, dass sie sich wirklich mehr mit dem Meer beschäftigen und was weiß ich. Muss ich mal gucken, wie das da überhaupt so ist, was man da überhaupt alles so machen kann. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen, so nächstes Wochenende wahrscheinlich. Wir haben jetzt Dienstag in der Sim-Welt. Da würde ich das wahrscheinlich irgendwie Samstag, Sonntag dann machen für die vier. Das fände ich ganz cool. So ein bisschen dann auch vielleicht als kleinen Abschluss der Zeit hier. Das Ding ist halt, eine Sache möchte ich noch erledigen. Ich möchte eigentlich noch... Wir sind Platz eins! Ah! Eigentlich möchte ich mit Sophia gerne noch das Einhorn adoptieren, bevor wir hier die Stadt verlassen. Wir haben den ersten Platz belegt! Yay! Wir haben einen Pokal gewonnen. Sie hat sich das hier auch... Sie hat sich das auch gewünscht und erledigt. Jetzt möchte ich in einem internationalen Querfeld einrennen gewinnen. Äh, teilnehmen zumindest schon mal. Das ist schon mal ganz cool. Ähm... Wo ist eigentlich hier... Sind die anderen abgehauen? Weil 2 zu 1 ist ein bisschen unfair, finde ich. Komm, spiel du noch mal ein bisschen mit, Tascha. Bevor wir hier nur zu dritt spielen. Ähm... Ja, und das Ding ist halt eben auch... Ähm... Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte dann mit denen umziehen. Und ich möchte nach Riverview. Aber ich hab... Riverview bin ich dabei, komplett umzugestalten. Einfach weil... Äh... Weil das cooler ist. Das sieht auf jeden Fall cooler aus. Aber... Das geht halt nicht so schnell. Und ich bin noch längst noch nicht fertig. Und ich weiß halt nicht, wie das so ist. Also... Deswegen scheue ich mich auch ein bisschen davor, das quasi hier zu beenden. Einfach weil ich in Riverview noch nicht weitermachen kann in der Richtung, wisst ihr? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das Problem ist auch, dass ich eigentlich schon längst die Folge beenden möchte. Ist mal ein bisschen Sushi heute. Ähm... Aber ich euch das eigentlich noch erzählen will. Ähm... Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen zu habt oder sowas. Ich werde... Denke ich mal... Einfach in der nächsten Folge noch mehr dazu erzählen. Die wird dann direkt morgen kommen. Und ansonsten könnt ihr dann in den Kommentaren auch irgendwie... Fragen dazu stellen. Nur ich kann euch halt nicht sagen, wann ich X und Y mache. Ich mach mir keinen direkten Zeitplan, wann ich irgendwas mache. Und wann nicht. Sondern das passiert halt einfach. Ich schaue halt einfach immer in der Folge, was ich mache. Ne? Das ist alles immer relativ spontan. Ähm... Deswegen braucht ihr mich da gar nicht fragen, wann X und Y passiert. Ich weiß es selbst nicht. Das ist alles spannend. So. Äh... Jetzt würde ich aber trotzdem die Folge hier beenden wollen. Auch wenn ich jetzt noch nicht alles im Detail erzählt habe. Das wird bestimmt auf mich zurückkommen, indem ihr irgendwie wieder tausend Fragen stellen werdet. Aber bin ich auch selbst schuld. Naja. Ähm... Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.